Morning in the morning. Ich bin die Frage der Ende. Wir sind zurück zu einem neunten Let's Play mit, ja, Market, Shop, Village und, tja, was soll ich sagen? Ich denke, dass wir bald am Ende sind mit diesem Spiel. Ich guck mir das jetzt mal kurz hier an. Aha, aha, aha. Ja, ich denke, dass wir bald am Ende sind mit diesem Spiel. Da hier nicht wirklich viel neue Sachen passieren, ich werde da noch ein Fazit-Video machen. Ein Fazit, mein Gott. Ein Fazit, Fazit, Video, Wartungsarbeiten. Ja, da ist eh nur Hamsterball. Ein Fazit-Video und, ja, da werde ich dann so ein bisschen drüber quatschen, was das Spiel gut kann, was das Spiel, schlecht kann. Also warum, weshalb das jetzt eher gut ist oder schlecht ist. Wer weiß es, ne? Weiß noch keiner. Ja, doch, ihr wisst es schon. Also wenn ich sage, kommt wahrscheinlich bald ein Fazit-Video, dann denke ich mal, werdet ihr ja wissen, dass da nichts mehr kommt. Das Spiel hat seine Stärken, aber auch gehörige Schwächen. Leider. Ja, und darüber werde ich dann sprechen. Oh, mal hier noch ein bisschen einsammeln. So hat es eigentlich echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Schlecht war es jetzt eigentlich nicht so extrem. Oh, keine Äpfel. Muss man eben hier Äpfel sammeln. Ich habe sogar die Haustiere, ne? Ich habe jetzt noch 189 Diamanten. Ich könnte das Alpaka holen, aber das Entchen ist viel wichtiger. Boah, ey, ich denke wirklich, ich denke wirklich, dass ich das Spiel auch installiert lasse und ab und zu mal wieder reingucke, ob sich was getan hat oder nicht. Aber trotzdem, das Fazit-Video wird auf jeden Fall kommen. So, ich muss mal hier mal gucken. Das habe ich. Ja, das habe ich natürlich nicht. Aber ich kann hier schon ein paar Eier wieder einsammeln. Hey. So. So und so. Mal gucken. Ja, hier, dass das da drüben die Marmeladen-Dings ist, ist auch ein bisschen weird. Also das ist ein bisschen doof, dass es da so getrennt ist. Ich habe einfach zehn Coupons zum Befüllen. Das ist auch eigentlich ziemlich krass. Guck mal, eigentlich kann ich mindestens zwei machen. Dann habe ich drei und dann, ja. Zucker. Mache ich auch hier nochmal ein paar. So. Hey, irgendwie kann es sein, dass ich voll Platz in der Scheune habe. Voll ungewohnt. So von Heyday und Township. Aber hier ist irgendwie, keine Ahnung, habe ich irgendwie Platz. Ich weiß nicht, wieso. Ey, schon wieder brauche ich Apfelbäume. Wahnsinn. Ja, Township läuft ja auch wieder bei uns. Und das hier ist jetzt wirklich einfach so Chili-Vanilli nochmal zwischendurch spielen. Guck mal, ich glaube, ich kann hier was abholen. Ne, verbessern. Ne, kann ich aber gar nicht. Aber, habe ich hier nicht. Guck mal, ich habe da was fertig. Und jetzt kann ich so und so. Ja. Also ich habe eigentlich, wirklich, ich habe das jetzt gerade angemacht, weil, äh, da stand Update. Und ich habe gedacht, komm, geh mal rein, guck mal, was ist denn neu. Aber ich habe das Gefühl, es ist, ich glaube, es ist gar nichts neu. Ich glaube, es ist einfach, ähm, ja, ich glaube, es ist gar nichts neu. Es ist einfach dieser Monatspass. Der hat sich geändert, glaube ich. Boah, und ich glaube, der war richtig teuer hier, ne? Hat der 20 Euro gekostet? Kann das sein? Muss man kurz reingucken. Äh, 10 Euro meine ich. 20 Euro. Aktivieren. 10 Euro, ja. Einfach doppelt so teuer wie bei Hay Day. Nur wie bei, ähm, Township. Ey, das ist irgendwie so richtig so unverständlich. Ich meine, im Vergleich zu den Spielen ist das ja hier so eher so ein No-Name-Spiel. Und dann verstehe ich nicht, warum die direkt so, so übertreiben. Kauft doch keiner. Ja, oder doch, vielleicht, ja. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die... Ja, ja, gibt's bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Die gibt's auf jeden Fall. So, muss man hier das Fleisch einsammeln. Ein paar Würstchen machen. Ein paar Spare Ribs. So. Öl können wir auch machen. So, einfach mal ein bisschen hier die Sachen wieder in... Wallung bringen. Hier die Nüdelchen reinpacken. Äh, ich weiß gar nicht, welche Sachen wir jetzt brauchen. Ist mir auch egal. Ich packe jetzt einfach hier irgendwas rein. Und gut. Ja, ich packe jetzt einfach wirklich irgendwas hier rein. Hauptsache ist irgendwas hier drin. Keine Ahnung. So. Ob ich das brauche oder nicht. Keine Ahnung. Hier gucken wir auch mal rein. Guck mal, die sind schon drin gewesen. Voll überflüssig. Milch war auch schon drin. Auch überflüssig. Egal. Hier. Würstchen. Komm, wir machen das Fleisch rein. Oh, guck mal. Das hatte ich sogar nicht drin, das Fleisch. Oha. Das hatte ich wirklich nicht drin. Deswegen mache ich noch mehr rein. Es kaufen wirklich ein paar Leute jetzt was ein. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich die fertig kriegen werde. Also ich habe Realtalk seit dem letzten Let's Play hier eigentlich nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nicht, ob vielleicht hat der eine oder andere noch weiter gespielt. Stimmt, ne? Nein, super. Irgendeiner ist jetzt Level 50 oder 60. Keine Ahnung. Guck mal, Level 36 erst. Kommt das frei. Level 45 das erst. Level 31, okay. Ja. Ich mache das jetzt hier einfach. ähm, die Coupons, ja. Ich bin nur am überlegen, wo kriege ich denn? Da. 21 Minuten, ja. Habe ich halt nicht, habe ich halt nicht. Deswegen mache ich jetzt. Ach, wartet mal. Ich werde jetzt mal gucken. Ja, brauchst du Hilfe? Guck mal, ich kann den schicken. Ja, das mache ich jetzt, weil es ist viel einfacher, viel billiger für mich. So ein neun Stück. Aber ich glaube, ich hätte die sogar kaufen können, ich Idiot. Ich bin ein Trottel. Ich bin wirklich ein Trottel. Egal. So, losschicken. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, was das bedeutet. Ja klar, die Farbdinger, das war hier für Erweiterungen, ne. Verbessern. Guck mal, fehlen mir nur die Sägen. Ja, nur die Sägen fehlen da. So, jetzt gucken wir da mal rein. Äh, genau. Kuchen habe ich natürlich nicht fertig. Kann ich hier vielleicht kaufen. Guck mal, den Käse kaufe ich, weil da weiß ich einfach, dass ich den brauche. Sirup kann man eigentlich auch immer kaufen. Ja, die restlichen Sachen. Vielleicht kann ich das noch kaufen. Aber den Rest brauche ich wirklich nicht. Ja, komm. Coupon. Es sind halt die Coupons, die ich wirklich wahrscheinlich brauche. Und ich verplemper die hier. Ja, was soll ich tun? Ich brauche die bestimmt. So. Ey, das darf nicht wahr sein. Ich habe echt zu wenig. So, dann mache ich das. Und Erdbeeren sind schon fertig. Wie lange brauchen die Erdbeeren denn? Okay, die gehen ja voll schnell. Eine Minute, Möhren. Ja, dann kriegen wir das auch noch fertig. Das muss ich halt mit Coupon wieder machen. Aber die anderen zwei Sachen. Die kriegen wir so hin. Und das ist gut. Also die Musik macht mich schon ein bisschen jäckig, ne? Aber die ist okay. Die ist okay. Kann man jetzt nicht so super haten. Ist eigentlich okay. So. Gibt es hier was Neues? Ja, nur Haustiere. Wie gesagt, da will ich ja auf die Ente sparen, ne? Sparen. Äh, wartet mal. Ich kaufe das jetzt hier. Ja, brauche ich hier nicht mehr sparen. Wartet mal. So, da sind die, ja, da sind die, ähm, Diamantos. Und wir kaufen jetzt einfach hier die Ente. Oh, da muss ich gleich noch ein Thumbnail machen, wa? Ente, komm zu uns, das kleine Entchen. Komm, ich nehme das einfach als Thumbnail fertig. Komm zu uns. Süß. Süß. Hä, irgendwas ist hier fertig geworden. Oh, 400, äh, Dings. Sehr gut. Ähm. Ja, Farmpass. Nee. Nee. Farmpass holen wir uns nicht. Ja, krass. Jetzt haben quasi unsere Tiere, jetzt ist alles nochmal 25% schneller. 50% auf, ähm, Feldfrüchte. Das heißt, jetzt haben wir 75%, oder? 30% auf Fabriken. Das heißt, wir haben jetzt 55%. 50% auf Einkommen. Das heißt, wir haben 75. Die können jetzt so weitermachen, ja. Ich weiß. Also, das ist, ja, das ist eigentlich ganz krass. Ich muss mal kurz gucken. Nee. Hätten wir jetzt nochmal, ähm, 150 Diamanten übergehabt, hätte ich jetzt noch das Alpaka gekauft. Ja, aber das kaufe ich auch noch. Kaufe ich auch noch. Keine Probleme. Kein Problem. Leute, kein Problem. So. Zack, 50%. Futterfabrik. Überlegt mal. Plus den Bonus, den wir durch die Tiere haben. Tzö. Ja, super schnell. Super schnell. Kann man eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Würde ich sagen. So, verladen. Und jetzt ist es wirklich schneller geworden. 2 Stunden 14. Was stand denn eben da? Wie lange wir warten müssen? 2 Stunden 13. Hä? Ist das überhaupt schneller? Was stand denn wirklich eben da? Was habe ich denn gesagt? Also, ich weiß ja nicht, ne. Ich glaube, man hat uns hier, äh, geprankt. Veräppelt. Oh, oh. Ich glaube, man hat uns veräppelt. Es ist gar nichts schneller geworden. So ein Brot. 59 Sekunden. Ja, wie lange hat das denn vorher gedauert? Ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die können mir jetzt sonst was erzählen. Das ist alles gar nicht schneller geworden. Ich habe jetzt Diamanten gekauft. Und hier ist nichts schneller. Oh Mann. Ich bin Opfer von krimineller Dings geworden hier. So. Das haben wir geholt. Ja. Ich glaube, so prinzipiell sind wir jetzt eigentlich erst mal fertig. Oh nein, da kommt Zucker rein. Ja, wir können das Ding hier machen. Wir machen ein paar Käse noch. So. Haben wir das. Ja, Mine. Nee, Mine machen wir diesmal nicht. Ich habe viel zu wenig Minenzeug. Spitzhacken fehlen einfach. Wenn man mal guckt. Spitzhacken zwölf. Und von diesen dämlichen TNT-Stangen habe ich 54. Ja, ich muss da ein bisschen mehr sammeln. Oh, es regnet wieder. Bei uns regnet es. Es regnet nur noch. Ihr glaubt es gar nicht. Hier ist es nur noch am Regnen. So, ich gucke jetzt mal hier. Komm. Weißt du? Entfernen. Entfernen. Oh, das muss ich doch haben. Marmelitschka habe ich doch gemacht. Jawohl. Aber wo kommt die denn hin? Das ist die Frage. Wo kommt die hin? Vielleicht hier hinten ins Regal? Ja. Ja, toll. Ich kaufe jetzt hier ein Feldfreies. Egal. So. Damit er seine Marmelade kaufen kann. So. Hier. Weg damit. Der braucht nur diese Cornflakes. Wo gehören die hin? Auch hier in das Regal. Ich kaufe jetzt nicht noch ein Regal. Nein. Oh Mann. Ja, okay. Der eine holt das ja gleich ab. Ne? Dann kann man das... Guck mal, der will einen Apfel. Hier. Ich mache mal hier ein paar Äpfel rein. Ein paar Erdbeeren. So. Und dann ist eigentlich... ...ein Weizen. Ah, der... Er will einfach ein... ...so einen blöden Weizen. Guck mal hier. Die Cornflakes jetzt. Ne? Alles schön hier rein. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Guck mal. Ach, du liebe Mehl. Guck mal hier. Es gibt Kohle. Das gibt gutes Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch irgendwas... Ja, außer das... ...Dings... ...Tier da, ne? Brauchen wir jetzt eigentlich noch irgendwas, was wir kaufen? Nö. Stadt. Wir haben auch schon alles an der Stadt und alles an Dekoration. Jo. Wir haben einfach alles schon gekauft. Wir haben das Spiel schon durchgespielt. Fabriken. Wir haben auch alles. Wir haben alles. Ja, super. Dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, richtige Events gibt es hier nicht. Hm. Wie gesagt, da kommt... ...als nächstes dann ein Fazit-Video. ...und dann kommt vielleicht... ...alle paar Monate mal ein Let's Play. Ne, wo ich dann nochmal reingucke mit euch. Weil... Weil ich einfach Bock habe, das Spiel zu spielen dann, ne? Und dann gucken wir da zusammen einfach rein. Ja. Ich bin ja so, ne? Ich lasse es einfach auf dem Handy und dann... ...ja, dann spiele ich es... ...ab und wann mal. So, da nicht mehr. Ähm... ...das können wir machen. Hä? Ich habe doch gerade Eier gesammelt, oder? Ah, ne, habe ich nicht. Ach, habe ich nicht. Nein. So. Ja, ich muss jetzt auch... ...ich lade das jetzt noch schnell hoch. Ob es online kommt heute? Ja, ich denke schon. Ich werde jetzt noch Jurassic World gucken, den neuen Teil. Und dann gehe ich ins Bett, weil ich muss morgen... ...ganz, ganz früh aufstehen und arbeiten. Ja, muss um 5 Uhr aufstehen und dann... Boah, jetzt hört es... Hört ihr den Regen? Krass. Ich sitze direkt unter der... ...unter dem Dachfenster und dann... ...das regnet die ganze Zeit. So. Ich bin raus. Macht's gut, meine lieben Enten. Bis bald. Tschüss. Und als nächstes kommt wieder ein Township-Video. Keine Sorge.